Es ist keine Ordnung mehr in der Politik. Wenn einer redet, redet drei zurück. Im Parlament streiten sie nur, von Volksinteressen ist dabei keine Spur. Und kommt ein neuer Kanzler an, was alt war nicht, wir Lammen haben. Im Gekko tun sie über den Lockdown parlieren, das Volk kann dabei gewiss nur verlieren. Den Rundfunk und die Zeitungswelt haben die Türkeisen gekauft um eine Masse viel Geld. Dadurch sind einige hochgespült worden. Jetzt kommst du für einen Urschuss um. Die Uhr, da wird am heut Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Die Regierung kriegt vom Tanzen nicht genug. Von Masken oder Abstand wird dabei keine Spur. Als Normalsterblicher wirst du eingesperrt dabei. Und das soll Gerechtigkeit für alle sein. Korruption und Jets waren das Jahr in. Die halbe Regierung steckt da mit drin. Passiert ist dagegen, na logo, noch nix. Weil die Immunität von derer Bande ist fix. Was haben wir uns gewünschen zum letzten Neujahr? Dass das neue Jahr besser wird als das alte war. Und was ist passiert? Man sollte es kaum glauben. Sie haben uns angezogen die Daumen schrauben. Da wird einem heut Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Es ist viel Ordnung jetzt in unserem Leben. Weil es wird sehr viel Verbote geben. Ohne Masken und Tests ins Geschäft darfst nicht rein. Und das soll persönliche Freiheit dann sein. Und aus der Lokal bist ein armer Wicht. Weil die Gäste kommen in derer Zeit nicht. Die Einschränkungen sind schon recht arg. Der Lohn bei der Kurzarbeit ist viel arg. Mit dem Corona-Virus ist ein ganz schönes Gefrein. Die Regierung diktiert, was man tun darf, was nicht. Von Demokratie ist längst schon keine Spur. Profitieren werden davon die Reichen nur. Da wird einem heut Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Die Zahlen die ganze Zeit sehr dominant. Bestimmen, was passiert wo im Land. Dabei ist schon lang nicht so klar, Ob diese Zahlen auch wirklich sind wahr. Die Wirtschaft kugelt am Boden herum. Es ist für viele schon viel zu dumm. Die Haltformatszeitung jubelt jeden Tag. Weil es wieder mehr Infizierte hat. In Corona-Zeiten ist bald nichts mehr wie es war. Mit der Plastikkarten zahl mir Stockpaar. Haut gegen den Arm, das ist einmal gewesen. In der Zeitung gibt es auch nichts Erfreuliches zum Lesen. Da wird einem heut Angst und Bank. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. findet überall wieder um was zu können. Die Welt steht auf keinen Fall mehr行 bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017